Für den sechsten und letzten Teil der diesjährigen Sommerserie bin ich jetzt hier im Unterdorf und Grundmatt-Quartier. Für die Challenge geht es jetzt darum, wer als schneller ein Zelt aufgebaut hat. Dabei trete ich an gegen Klaus. Ich bin Klaus vom Unterdorf, bin ein leidenschaftlicher Camper und heute versuche ich möglichst schnell ein Zelt aufzustellen. Also wir machen jetzt hier noch einen Münzwurf, wo es darum geht, wer als Zelt auswählen kann und wer damit anfangen kann. Kopf oder Zelt? Zelt. Gut. Gut, es ist Kopf, das heisst ich habe gewonnen. Klaus, ich überlasse dir den Vortritt. Achtung, fertig, los! Auf die Platze, fertig, los! Jums Passt Zelt Viel Ich gehe gut, oder? Wie lange habe ich gehabt? 6 Minuten. Können wir jetzt schon aufhören, oder nicht? Offensichtlich hatte ich keine Chance in dieser Challenge. Klaus hat sein Zelt in 6 Minuten 51 aufgebaut. Ich bin hier nicht weiter gekommen. Deshalb gratuliere ich zum Sieg. Damit ist die letzte Challenge dieser Sommerserie leider auch verloren gegangen. Das war es mit den Challenges für dieses Jahr. Danke fürs Zuschauen.